Niemand hat noch Privatsphäre, selbst die Geheimdienste nicht mehr. Künstler kann man dadurch fördern, indem man sie kauft. Da tue ich mich halt schwer mit den netten Ausstellungen. Ich bin immer sehr politisch engagiert. Was sind Menschenrechte, Aggression, Umwelt- und Naturschutz? Das bringt seinen Punkt. Applaus Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018